Hallo ihr Lieben und ja, willkommen mal wieder zu einem kleinen neuen Vlog. Wie ihr sehen könnt, ein kleines bisschen auch bei mir mit Corona-Mode. Der hier ist länger geworden, die ist länger geworden, Friseur hat nicht offen und Bart. Warum rasieren? Ja, ich bin einfach momentan zu faul und ich finde es irgendwie interessant, den Wachsen zu sehen. Okay, also ich habe euch ja schon angekündigt auf meinem Hauptkanal. Ich komme mittlerweile nicht mehr dazu, alle Nachrichten zu beantworten. Deswegen nehme ich hier diesen Zweitkanal auch teilweise, um persönliche Fragen von Abonnenten zu beantworten. Und ja, die eine Frage, die auf mich schon sehr, sehr häufig zugekommen ist, deswegen hier auch ein Video dazu ist, wie bin ich eigentlich zum Coden gekommen, wie habe ich den ganzen Kram gelernt? Und ich muss dazu sagen, dass es wahrscheinlich deutlich später war als bei den meisten von euch, weil, keine Ahnung, in meiner Kindheit hat mich irgendwie niemand zum Coden gebracht. Und ja, also relativ interessante Geschichte. Heute Storytime. Okay, also fangen wir an. Begeben wir uns ins Jahr. Oh Gott, ich weiß nicht mal mehr, welches Jahr es war. Begeben wir uns in meine frühe Jugend. Sagen wir einfach mal Jugend dazu, okay? Und sagen wir mal, wir haben ICQ. Ich weiß nicht. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wer von euch noch ICQ kennt. Diese Software mit dem Namen ICQ. Dort hat man sich früher unterhalten. Das war quasi das WhatsApp von damals, nur dass es kein WhatsApp war, weil es keine Smartphones gab, sondern das war alles am PC. Und dort hat mir tatsächlich jemand, der sich damals schon ein kleines bisschen in die Programmierung reingefuchst hat, hat mir damals, oder mit dem habe ich öfters geschrieben, der hat mir damals irgendeine Datei gegeben, die ich bei mir auf dem PC ausführen sollte. Ich natürlich, Datei ausgeführt. Und ja, es war natürlich ein Virus. Was macht man mit seinen Freunden, wenn man 15 oder so ist? Oder 14? Keine Ahnung. Ich glaube, ich war 14. Ja, ich meine. Ungefähr. Naja, auf jeden Fall war das ein relativ interessanter Virus. Die Sprache gibt es übrigens immer noch. Ich habe immer noch kein Tutorial dazu gemacht. Das nennt sich Auto-It, die Sprache. Und ich wollte eigentlich schon lange mal was dazu machen, weil das, wie gesagt, auch meine mehr oder weniger erste Berührung war damals. Und es ist eine super, super schlechte Skriptsprache, die einfach nicht wirklich irgendwas Cooles kann, aber sie kann Sachen cool automatisieren. Und genau das hat sie auch getan. Das war ein Skript, das erstmal natürlich euren Desktop abschießt, ja? Also euren Explorer. Das heißt, also es waren natürlich damals auch alles Windows-Zeiten bei mir, ja? Ich hatte, wie gesagt, noch keine Berührungspunkte. Das heißt, ich hatte keine Fenster mehr. Also wirklich keine mehr. Ich konnte keine Programme wirklich öffnen. Ich konnte quasi gar nichts machen. Ein bisschen Berührung mit Computer, mit Gaming und so und mit Cracken von Spielen, weil, wie gesagt, mir ein Freund die CD ausgeliehen hat und ich dann natürlich das Spiel weiterzocken wollte und er aber seine CD wieder gebraucht hat, hatte ich natürlich trotzdem. Das heißt, ich, wie schlau ich bin, ja? Drücke Windows-Taste und R und führe den Task-Manager aus, weil ich so cool bin, ja? Turns out, der Task-Manager wird einfach auch direkt, sobald er sich öffnet, von diesem kleinen Skript da beendet, ja? Ähm, dann habe ich über Umstände, habe ich, glaube ich, die Registry aufbekommen. Dort stand dann drin, dass das Ding im Autostart ist und ich durfte es nicht löschen, weil die Registry war auch, also das Ding hat quasi die Registry immer wieder überschrieben, sobald der PC runtergefahren wurde. Das heißt, auch durch Neustarten habe ich tatsächlich dieses Teilchen nicht weggekriegt und, ähm, dann waren, ja, das war im Endeffekt genau das, was es gemacht hat. Ach ja, die Maus konnte man auch nicht benutzen, weil die Maus war in einem zufälligen Movement-Patter einfach die ganze Zeit über den Bildschirm drüber, okay? Also ihr könnt euch das vorstellen, wie das Ding legt halt einfach mal den kompletten Rechnerlarm. Wie ihr sehen könnt, ich grinse immer noch, das war nicht irgendwie schlimm oder sowas, weil ich habe dann einfach mit ihm eine Weile geschrieben und er hat mir dann irgendwann gesagt, wenn du auf, ich glaube es war Einfügen oder Position 1, wenn du da drauf drückst, das ist ein Hotkey, dann öffnet sich eine kleine Box und dort kannst du ein Passwort eingeben, gib das Passwort dort ein und, ja, dann kannst du deinen PC wieder benutzen, dann entfernt es sich halt wieder komplett. Und das fand ich damals so geil, dass ich ihn so lange genervt habe, bis er mir gesagt hat, mit welcher Sprache er es geschrieben hat, weil, also ich war nicht wirklich dicke mit dem damals und, ähm, war trotzdem eine interessante Erfahrung für mich. Und, ja, dann habe ich quasi mir das Ding selber nachgeschrieben, auch in Outfit, auch genau dasselbe, also es tut dasselbe, ich habe das irgendwo immer noch auf dem Rechner, es macht immer noch genau dasselbe, wird allerdings, glaube ich, mittlerweile von Windows als Virus erkannt, damals noch nicht, ähm, obwohl ich, glaube ich, sogar einen Antivirenschutz hatte. Das war meine erste Erfahrung mit dem Coding, ähm, allerdings habe ich natürlich damals noch kein objektorientiertes Programmieren gehabt oder sowas, also das war wirklich nur so ein paar Anwendungen oder ein paar kleine Dinge schreiben und, ja, wir haben das dann irgendwie zu dritt damals ein bisschen ausprobiert, haben dann ein paar coole Sachen geschrieben, haben die dann auch irgendwie auf dem Schulserver mal hinplatziert, also wirklich nur in quasi die Ablage reingetan und manche Leute haben dann halt draufgeklickt und der PC hat sich runtergefahren, für mehr hatte man damals nicht die Rechte bei uns. Ähm, solche kleinen Sachen habe ich halt damals gemacht und, ja, ich weiß, das ist nicht ganz okay, ähm, wir haben auch damals ordentlich Ärger gekriegt von der Schule, wir mussten die Dateien unterschmeißen vom Rechner, weil sie rausgefunden haben, wer sie da quasi hochgeladen hat, aber bedenkt bitte, damals war die ganze IT-Sache noch irgendwie nicht so groß wie heute, das war vor mehr als 10 Jahren, deutlich mehr sogar als 10 Jahren. Ich habe meinen Führerschein übrigens seit 10 Jahren jetzt, das ist mir, ähm, gerade aufgefallen, als ich mal wieder draufgeguckt habe und das hat mich irgendwie ein bisschen, puh, ich bin alt geworden. Okay, auf jeden Fall, ähm, natürlich nicht meine erste Erfahrung, meine nächste Erfahrung war dann in der Oberstufe, also ein bisschen Auto-It habe ich die ganze Zeit dann halt gemacht, aber halt nur so Kleinkrams und irgendwann verliert man auch irgendwie so die Lust da dran, weil, ja, man kann ja nicht wirklich viel damit machen. Und meine nächste Erfahrung war dann in der Oberstufe, als unser Religionslehrer, ich hatte kein vernünftiges Informatik in der Schule, mein fucking Religionslehrer hat uns damals den Auftrag gegeben, schreibt eine Webseite über Jesus. Das war mein, mein Start im Web-Dev. Das, mein Religionslehrer ist schuld, dass ich mich mit Web-Programmierung beschäftigt habe. Geiler Typ übrigens, ähm, niemand mochte ihn so wirklich. Außer ein paar wenigen Leuten. Und ich fand das, ehrlich gesagt, eine coole Aktion und da habe ich angefangen, ihn zu mögen. Ja, ähm, das war dann so meine zweite Berührung, aber immer noch nichts objektorientiertes. Da habe ich dann halt, also HTML und CSS, klar, das konnte ich schon davor ein bisschen. Da habe ich irgendwann mal so in meiner Freizeit einfach angefangen, ein bisschen was zu, zu skripten oder so. Und, ähm, ja, dann habe ich dort dann dafür quasi JavaScript und jQuery gelernt. Und das war, wie gesagt, nichts Großes. Aber so eine, so eine kleine Seite, die halt ein paar so Animationen drin hat. Ich war mega stolz damals. Das war tatsächlich in der zwölften Klasse bei mir. Das ist sehr, sehr spät gewesen. Und, äh, dann habe ich im Studium tatsächlich objektorientierte Programmierung mit Java gelernt. Super spät eigentlich, wenn man sich das so mal vorstellt. Das ist wirklich, wirklich spät. Und wenn ihr könnt, fangt ruhig schon vorher an. Das ist nichts, was man erst im Studium lernen muss, weil im Studium hat es mir, wie gesagt, niemand so richtig beigebracht. Das war eigentlich mehr so Selbststudium. Weil, ja, also die knallen dir da in der Vorlesung ohne irgendwelchen praktischen Bezug. Also zumindest war es bei mir so. Ähm, knallen die dir da alle Befehle an den Kopf. Und dann sagen sie, mach mal. Also wirklich nur quasi vorgelesen, ey, schon mal das, das, das und das machst du halt. Und, ja, für was brauche ich das? Hm, ähm, was kann ich damit tun? Hm, ähm, das war es im Endeffekt. Also, sie hatten relativ wenig Anwendung uns gegeben. Ähm, und generell eigentlich nicht mehr erklärt genau, was es tut. Ja, weil, ich kenne das Problem. Also, wenn man schon wirklich drin ist im Programmieren, dann, dann ist es vielleicht gar nicht so einfach, wirklich jemandem, der neu anfängt zu erklären, was zur Hölle macht eigentlich eine Vorschleife. Warum, warum brauche ich da dieses i? Also, uns hat niemand erklärt, warum man dieses for int i gleich 0, ja. Das hat uns niemand erklärt, warum man dieses i da braucht. Dass das einfach eine fucking Zähvariable ist. Aber, ja, also wie gesagt, ähm, meine zwei ersten Erfahrungen mit dem Coding waren ein Freund, der mir einen kleinen Virus gegeben hat und den ich unbedingt selber nachprogrammieren wollte, weil ich ihn so cool fand. Und das zweite war mein Religionslehrer, der mich dazu gezwungen hat, eine Website zu schreiben. Have fun! Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!